Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Snakeboot im Zeichen der Nasslock Challenge. Ich hab vergessen jetzt auf die Uhr zu schauen. So, äh, mein Controller funktioniert gerade nicht, weil ich vergessen habe, um zu stellen. So. So. Ähm. Jetzt funktioniert's. Ähm. Beim letzten Mal hab ich gegen den Typen gefailt, aber das zählt absolut nicht. Ich seh nicht ein, dass der ein Team hat mit Level 100, mich damit fertig macht und ich mein Team dafür aufgeben muss. Das wär schwachsinnig. So. Von daher bleibt es dabei, wir bleiben aber nicht bei dieser Aufstellung. Hab ich trainiert? Ich glaub schon. Weiß ich gar nicht mehr. Äh, Magnemite geht nach vorne, aus dem einfachen Grund, weil ich's kann. Ah ja, genau, die andere... Hab ich trainiert? Offscreen? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Kann sein. Naja, egal. So. Ähm. Es muss eine andere Möglichkeit geben, ihn zu besiegen. Wir geben erstmal Info darüber, was gewesen ist. What's in this unstoppable, you say? But it's ready if you shoot off the generator. den Generator ausschalten. Äh, are we the last? No! Es gibt noch mehr. Ja. Dann schauen wir doch mal, ähm, wie wir den ausschalten können. Der redet immer noch nicht. Kackvogel. Hast du ne Ahnung? Wir gucken mal beim Generator am besten direkt. Wenn der ausgemacht werden soll, dann muss das hier irgendwo sein. Anschnacken tun wir ihn jetzt am besten nicht. So, the generator glows with dangerous energy. It's plugged right into some Pokeballs. Ja, okay, das ist eigentlich schon ne Warnung. Ähm. Okay, der hat keine... Ja, ist gut. Der will mir keine... Äh, der will mir nicht helfen. Scheiße, was machen wir denn da? Ja, letztes Mal hab ich echt gegen den Typen gefailed. Kann man so sagen. Ist auch so. Ah, naja, was soll's. Ach, das Spiel ist nicht vorbei, nur weil dieser komische Typie seine Level 100 zerfichert hat. Auf keinen Fall, das las ich nicht zu. Das wäre unfair allen Leuten gegenüber, die dieses Let's Play lieben. Und natürlich mir gegenüber. So. Dir heilt er nur? Ach. Ba da ba da bum. Hallihallo. So. Ach, die reden alle nur denselben Scheiß. Ne. Ich hab gedacht, das wäre ein Schwimmring. So, I... Okay. Hehehe. Jetzt lassen wir mal schauen, wie gut Watson wirklich ist, wenn der Generator aus ist und seine Pokémon nicht mehr so viel Power haben. Schauen wir doch mal, wie viel Power sie jetzt haben. Und ob wir dieses Mal gewinnen können. Ich mein, wenn sie jetzt Level 50 sind, haben wir trotzdem keine Chance. Trying again, eh? Ach, you still can't beat me. Don't you get it? Tja. Tja, wir werden es sehen. Nun ist der Generator aus. Mein Generator? Aus! Wie auch immer. Hahaha. Ähm. Ich bin ein Arena-Leiter. Ich kann nur gewinnen. Mwahaha. Schauen wir mal. Ach, wie süß. Also mit dem viel wird er hier, ähm... Kein Preis gewinnen, würde ich sagen. Ich kann nur gewinnen. Erstmal verwirren. Wechselt ihr... Oh, shit. Direkt mein Pokémon aus. Wing Attack! Fuck! Oh, wie ätzend. Damit... Ah! Ja, vielfach schwächig. Ich weiß. Oh, fuck off! Fick dich! Geh sterben! Stirb! Tod. Sauber. Jolteon, der hat einen... Blitzer! Setzen wir Norman gegen einen. Warum setze ich noch... Oh, ich dachte... Oh, ich bin im Gedanken vollkommen woanders gerade. Was soll denn das? Fake Out! So. Rock Thump! Das müsste gut sein, eigentlich. Gesteinertal... Ja, genau. Fick dich. Geh sterben. Kackvogel. Ja, daneben. Oh, jetzt... Triff doch mal, du... Hat getroffen, aber nicht getötet. I hate it. Hate it or love it? I don't know. I don't say... In love again. Was singe ich da für ein Scheiß? Ein Pikachu! Oh mein Gott. Gegen Pikachu kann ich auch Skiddy einsetzen. Das macht das viel locker. Naja, egal. Scheiße, wir haben Nick verloren. Fuck! Oh, wie... Ich wollte gerade sagen, wie ich es hasse, ne? Ja, die Level sind jetzt eigentlich relativ gut. Also, in Ordnung von ihm. Bäm! Na toll! Dubslab! Komm, verprügelt das hier. Pam, pam, pam. Katapam! Tschüss! Down! Luxio! Setzen wir noch einen Pflanzen-Pokémon gegen ein. Das müsste ja ziemlich gut sein. Genau, ich hab trainiert. Das sieht man, dass Miraplab mit dem Team ist. Ähm... Sleepoda! Ja, genau, gegen daneben. Ah, wir treffen sogar. Geil. Oh, das war eine Qual, das viel zu trainieren. Ich sachet euch. Das war schon fast nervig. Blub, 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 blub. Wuhu! Defense fail. Alter, willst du mich verarschen? Warum brüllst du mein Pokémon weg? Rocktomp! Bäm! Es hat überlebt. Und schon wieder Brüller. Fuck. Faint Attack. Oh, ich bin schneller. Und das, obwohl ich paralysiert bin? Krasse Scheiße. Habe ich das gerade richtig gel... Nee, oder? Hat der einen Raik... Nein, niemals. Das ist ein Scherz. Nee. Oh mein Gott. Der hat einen Raikou. Oh. Ach, wen jetzt treffen wir? Ja, das wird mir gerade schon wieder zu krass. Der Raikou dürfte aber auch nicht so ein Problem sein eigentlich. So, paralysiert haben wir schon mal. Jetzt auch noch fair wird. Damit ist eine Chance zu treffen ges... Oh, Level 33. Krass. Der Quick Attack. Sonic, boom! Super Sonic. Und wieder verwirrt. Bam! Friss es selbst. Von mir schnell hat das wie... Brüller. Ja, damit hast du deinen Untergang heraufbeschworen, weil mein Pac-Man kann nicht mehr... Rocktop! Fakeout! Wenn ich Ruck-Arm... Ruck... Bäh! Tomp einsetzen kann, dann eben Fakeout. Vietle-Through. Schlagt er selbst. Er brüllt schon wieder. Ja, muss Giddy den Rest erledigen. Fate Attack! Wie bitte? Du Hure! Assist! Okay, ich sollte lieber Pokémon wechseln. Das hat so keinen Sinn. Gloom! Come on! Oh, shit. Der macht massig Schaden. Das gefällt mir nicht. Vor Gott sagen, also das dürfte ja nicht viel bringen. Dabei, weil ich ja ein... Pflanzen-Pokémon bin. Oh, shit. Oh, der brüllt mein ganzes Team die ganze Zeit aus. Kannst du mal... Oh, ihr blöden Bastard-Viecher. Hallo. Ha! So, verwirrt. Selbst geschlagen. Sonic, boom! Komm, weiter. Sonic, boom! Back! Sodapop! Ha! Und jetzt bist du so... Ach, hat der keine AP mehr. Fakeout! Bam! Und tot. So spielt man. Alle kriegen Erfahrungspunkte. Geile Sachen. Landtouren? Elektro-Pflanze. Aber mein Gloom beherrscht leider keine Pflanzen-Attacke mehr. Elektro-Wasser meine ich natürlich. Seinmal Wegeroth ein. Den haben wir schon lang nicht mehr gesehen. Na, okay. Dasselbe ist er jetzt nicht hier. John! John! Gena! Watergun. Oh, wie süß. Ähm... Fully Swipes! Das müsste wehtun. Also ich dachte schon, bei zwei Hits hört's auf. Oh nein! Jetzt ist Fast Sleep. Und ich bin fast am Selbstverprügeln. Was zur Helle. Oh mein Gott! Da bist du irgendwie behindert oder sowas? Von fünf Versuchungen schlägt es sich fünfmal selbst. Das ist unfassbar. Echt. So, tot. Haha! Du Kackvogel! Gewonnen! Wir müssen ein Teammitglied aufgeben leider. Aber, naja. Nick, es tut mir leid. Haha! Elektrikat, aktiviert den Teleport. Damn! He got away! No, he didn't! And that poor Raikou he trapped has been released too. It's me, the officer. I'm on the intercom. Er suspected me, bla bla bla. Thank you for your help. No problem. Achso, der hat jetzt mit mir geschnackt und sich für meine Hilfe bedankt. Ähm. Du heilst mal schnell meine Puckermann, bitte. Danke. Ja, wir müssen Nick freilassen leider. Das ist schade. Aber was soll's. Lässt sich nun nicht ändern. Ich hab keinen Platz mehr. Was willst du denn? Das kann ich nicht benutzen. Stardust. Das können wir noch verkaufen. Fluchtseil. AP+. Hier. Ne, das bleibt mir noch Feuerstein. Wer weiß, was noch so kommt. Max Eta. Was macht das? Ach, Freundschaft wird gestärkt. Hier. Toss, weg damit. Wir wollen... Ah ja, genau. Das Item wieder abnehmen. Von Nick. Item take. Adrenalin. So, wir gehen jetzt mal zu dem Mugga. Hey Mugga, was geht ab? Motiv and means. Got any yet? Yes. So, you say the chef hated Wilfred? Yep. So, it seems the chef is the killer. What do you think? No. Oh, you didn't. Blablabla, Watson. You select your tube. Yes, but we're looking fire. You'll see it. Äh... Ja, hier sind keine Feuer-Paukemon auf an Bord. Ach, scheiße. Ähm... Honig, so... Ach, tut mir leid, Leute, dass ich jetzt schon wieder so ruhig bin. Ja, Elektro-Honig. Ja, ist ja nett. Wilfred. But why? Können wir jetzt hier wenigstens wieder... Äh, können wir jetzt in die Stadt rein, oder? Was ist los hier? Das Geheimnis haben wir gelöst. Das sollte möglich sein. Ah, ein wildes Pack, man. Ein Waldorf. Ach, das sind scheiß Viecher. Ich hab' ich gesagt... Sachet euch. So, lasst mich in die Stadt, bitte. Maul, Wilfred. Oh, wir können ja nicht rein. Saubär. So, schnell die Parkbank geheilt und weiter geht's. Genau, wir müssen unser Pokémon noch freilassen. Fällt mir grad ein. Die Position... Nick. Äh, äh, äh. Wissen wir was? Ich mach' ne extra Box jetzt fertig. Und Wollteball haben wir auch noch. Quellfisch. Ja, wollen wir das mitnehmen? Wir haben keine... Kein Wasser-Pokémon mehr im Team, ne? Aber ich hab' keinen bis jetzt nachzutrainieren. So. Das ist doch gar kein Spitznamen. Können wir erstmal mit ins Team nehmen. Wenn ich was Besseres finde, kommt halt was Besseres ins Team. So, alle Pokémon sind geheilt. So, Leute, ich müsste mal... Nicht unterbrechen, das passt schon. So, gucken wir mal, ob wir ein Fahrrad kriegen können von den blöden Affen. Wenn er denn da ist. Nein, natürlich nicht. Alle tot. Ach man, ich will das nicht wissen. Das interessiert mich in feuchten Furz. Meine Fresse. Gib mir ein Fahrrad. Hallo. Ich glaube, ein Fahrrad. Hier ist sowieso keine Sau. Kannst eins mitnehmen. Gratis. So ein Sonderpreis von 0 Euro. Steht da vielleicht eine Information? Write in gravel and shake up your soul. Aha. Oh, jetzt nimm doch so ein verkacktes Fahrrad damit, ey. Stell nicht so blöd an. Wisst ihr, alle sind tot und so und er lässt das da stehen. No, hier ist auch nichts los. Hallo. Auch nichts in den Mülleimer. Schaddi. Watson. Können wir da rein? Bam, bam, bam. Da steht einer. Was soll ich jetzt davon halten, ist die Frage. Ach, gehen wir mal ran da. Komm. Foodman, yeah, I got it. These, uh, badges and the TMs that Watson asked. Well, okay, da hat die Orden und die TM. Da. Das wollen wir mal schnell abnehmen. Da hat er kein Anrecht drauf. Das ist übel. Super. Oh, wie sowas hast du denn, wenn das immer daneben geht? Ja, ist ja gut. Och, fick dich doch, ey. Sonic Boom. Ah. Norman, komm. Du musst mal wieder übernehmen. Meine Packmann sind zu schwach. Um dieses Hombone platt zu machen. Arm Trust. Gibt's ihm. Ach, einmal hättest du noch angreifen können, du blöde Affe. Immer nur dreimal. Alter. Oh, Norman Level 28. Geile Sache. Lairon. Da gehen wir mal zu Skiddy, würde ich sagen. Lairon, was soll das denn sein? Okay. Ähm. Wir gehen wieder zu Norman. Scheiße. Metal Claw. Ja, du mich auch. Hier, pass mal auf. Ich mach ja Vitae Throw und du bist platt. Aber ich hätte vielleicht erstmal... Okay, hat sie erledigt. Tschüss. Mit mir sollte man sie nicht anlegen. This is bad. They got Gleis. I'll have to rescue him. Hey, wait. That footman dropped something. TM 34? Äh, I must save Gleis. Ja, wo ist denn Gleis? Shockwave. Elektroattacke. Für... Uh, Skiddy kann das lernen. Nett. Das behalten wir erstmal. Und wir machen Feierabend für heute, würde ich sagen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt dieser Part gefallen und schaltet wieder ein das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play Pokémon Snake Worlds im Zeichen der Nasdaq Challenge. Haus rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Dengoku Senpai. Tschüss. 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 Tschüss.